Besonders war der Neujahrsempfang der Stadt Kloppenburg in diesem Jahr aus zwei Gründen. Zum einen konnte Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese den 14. Silbernen Löffel an Bernd Tabeling verleihen. Zum anderen war ein Nachfahre von Adolf Freiherr Knigge, der als Benimm- und Etikettenpapst in Deutschland gilt, im Ratssaal zu Gast, um über Wertschätzung im Alltag zu sprechen. Knapp 200 Gäste begrüßte der Bürgermeister in diesem Jahr im Ratssaal. An seinem Jahresrückblick und eine Vorschau auf die kommenden Monate schloss sich der Vortrag von Moritz Freiherr Knigge an, der unter anderem anmahnte, immer aufmerksam zu sein und Fehler auch bei sich selbst zu suchen. Höhepunkt war aber die Verleihung des Ehrenpreises an Tabeling, den Vorsitzenden des Heimatvereins. Der gebürtige Baselar ist seit 1998 im Vorstand aktiv und hat sich in dieser Funktion besonders um die Stadt verdient gemacht. Anschließend wurde beim Empfang auf das neue Jahr angestoßen.